1 Kratzer Duggan! Daniels, get a grenade in that bunker! I can see that, I can see the dead! Two feet down, three feet! Kratzer! I'm gonna be moving ahead! Let's go! Kratzer Duggan! Kratzer Duggan! Kratzer Duggan! Kratzer Duggan! Alright, bunker's empty! Let's go! Mhm. What? Hey, Jesus! Still sweeping the beach! We gotta take him out! Yanzhi! Run! Run the door! Run! Run to the head! Jervis! Fuck in the middle! Das war's. Ja, das war's. Da kommt einer aus der Deckung! Na los, na los! Brücke vor! Kontakt, ein Ohr! Na los, na los! Bewegung, bewegung! Ich schieße! Yenke! Ich schieße, 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 Yenke! Ohr! Ich schieße, Yenke! Ich schieße, Yenke! Das ist klar, wir fahren! Das ist klar, wir fahren! Das ist eine Artillerie, die in der Bühne sind. Das ist eine Artillerie, die nicht zu machen. Wir müssen weitergehen! Wir müssen weitergehen! Das Artillerie wird uns tönt! Ja, Herr! Ja, Herr! Das ist eine Artillerie! Ja, Herr! Das ist eine Artillerie! Ich bin in! Ja, Herr! Ja, Herr! Feuer! 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 Entsdruck! Entsdruck! Jä, die jäkkes! Du! 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 Töne! Du! Was ist das? 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 Ich glaube Daniels. Ich dachte, dass ich alles gesehen habe. Er wird gut sein? Ja. Er hat ihn gut gemacht. Er hat ihn gut gehalten. Er hat sich sicher auf dem Boot gehalten. Oh, jetzt weiß er es. Hey, was du da gemacht hast, ich sag dir. Ich würde sagen, dass wir gut sind. Wir sehen uns das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Beach-Head secure. Wir befinden uns auf der zweiten Hedge-Roll nach der Rage. Willkommen zu der Blöde First. Du bist ein langer Weg von Texas, mein Mann. Oh, ho, 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 ho. None von uns kann uns vorbereiten für das. Aber du kamst nicht vor, wenn du es gehalten hast. Danke, Sir. Ich, äh... Du bist okay, Sir. Danke. Danke, Sir. Of course, I will. Oh, ho, 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 ho. Pretty cool graphics. Long way from Texas. I don't know who the hell decided this was the best way to retake Europe, but I'll guarantee you one thing. They weren't on the beach with us this morning. Alright, I'm gonna stop the video there and hit up Fortnite now to see if their update has come out. Make sure you like and subscribe. And if you want to see more up-to-date videos, hit the little bell. And yeah, thank you for watching. And yeah, thank you for watching. Bye. Bye.